Okay, es geht weiter. Ich hab Oggi befragt. Ich soll mit Schmackes über die Wolken, hat er gesagt. Und dann müsste sich das Problem von alleine lösen. Ähm. Ja. Wie? Vielleicht so? Äh. Äh, das sah doch gut. Ja. Ah, das sah gut aus. So rum. Ja, so rum. Ah, so rum. Okay. Äh, das war... Wow. Da hab ich doch glatt eine Münze vergessen. Egal, um die kümmern wir uns im Nachhinein. Hopp. Hallo. Hopp. Danke. Und die will ich haben. Danke. Wie komm ich an den Mund ran? Ach, mit dem Pie... Scheiße, mit dem Piezo. Das ist echt... Äh. Oh. Oh. Das ist ja nichts. Das ist ja ein Witz. Oh, das war wirklich ein Witz. Also im Gegensatz zu den davorherigen... Das ist ja... Komm ich da vielleicht auch so... So rauf? Wow. Ja, ich komm sogar so rauf. Ich war... Ich... Ich glaub nicht, dass es... Dass es... So gewollt ist. Na, jetzt komm ich nicht mehr rauf. Egal, da mach ich's halt so... So wie's gewollt ist. Damit sich... Äh... Damit sich... Ovi auch mal freut. Ocknerack. Ich weiß nicht, Ovi hört sich jetzt irgendwie dämlich an. Danksam. Na los! Na los! Wieso will er jetzt nicht mehr gehen? Davor hab ich ihn doch auch geschafft! Hopp. Na los! So. So war ich's auch. Na los! Hopp. Ah, fast. Na, fast. Ich will da doch einfach nur so durchlaufen. So. Na. Und. Nein. Aber. Ich hoffe einfach mal, wir haben genug Zeit, dann gehen wir runter und rein zusammen. Ja, den hab ich gesehen. Hopp. 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 Na los! Oh, komm schon. Bitte. Wieso will der jetzt nicht gehen? Oh, Mann. Ich hasse... Ja! Na also. Hopp. Hopp. Das war dumm. Hopp. 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 Und gleich... Gleich hoch. Theoretisch. Jedenfalls. Los. Ah! Meine Finger! Au! Ja! Unter! Das lass ich mir doch nicht zweimal sagen. Und die Münze, da will ich auch. Hopp. Nein! Verdammt. Na, das ist lieber ne Mond als ne Münze. Das krieg ich eh nicht mehr hin. Na, na, na. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Aber ich will die. Ich, ich will die jetzt haben. Nein! Ich will den scheiß Mond haben. Na, na, na. Das wäre noch was geworden. Da kann noch was draus werden. Das weiß ich. Ich weiß es. Und ich weiß... Na, das war dumm. Na, ha, ha, ha. Los, komm schon. Hopp. 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 Das war auch dumm. Ich muss den perfekt schaffen. Nein, so nicht. Fast. Na, jetzt muss ich nur noch ins Loch kommen. Warte. Wer flachwitz verstanden hat, äh, Kommentar und so. Wie immer. So, pa. Ah. Nein, nein, nein. Nein. Ich will doch nur an die... Ja. Nein. Ich will nur den scheiß Mond. Ich will den scheiß Mond haben. Wenn ich schon die anderen nicht mehr haben kann. Na, los, komm schon. Da, 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 da. Dann, dann mal auf andere Weise. Nein. So geht's nämlich auch. Aber das speichern wir dann auf der einen. Und das. Ja. Hoppala. Na los. Und? Nein. Das war nichts. Ja. Das. Das. Das wird was. Das spüre ich. Jetzt muss ich nur noch... Ich muss nur noch gut springen. Ah, das... Na, ja. Ja, Mann. Ich hab's geschafft. Oh, Lektion 3. Was kommt denn jetzt? Notenblöcke. Hey, Notenblöcke sind cool. Nichts gegen Notenblöcke. Also ich und die Notenblöcke, wir sind echt voll dicke miteinander. Weil wir sind die besten Homies und so. Und jede Menge Schüsse. Und in diesem Level müssen sie beweisen dafür dann eh, wie gut sie mit Schlüsseln zurechtkommt. Ja, ich dachte, schade. Ich dachte mit Notenblöcken. Okay. Hopp. Hopp. Da ist ein Schlüssel. Schlüssel. Oh. Ja, wie? Achso, ich brauch die nur zum Hüpfen, oder wie? Ja, das hätte ich mir auch sparen können. Das hätte ich mir echt sparen können. Da bin ich jetzt... Oh, Gott. Ich weiß schon wieder, was das... Oh. Ja. Ja, okay. Den anderen auch noch. Und... So, Bala. Und? Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. So, Bala. Okay, das... Nein, 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 nein. Ja. Achso, da hinten kann ich gar nicht draufhüpfen. Wieso sagt mir das denn keiner? So, okay. Ja. Hab ihn. Hab ihn. Hoppa. So. Aha. So. Ja, na also. So, ich nehm mal eine... Kann ich auch beide mitnehmen. Double-Grab und so. Aha, haha, haha. Ich nehm beide mit. Und für diesen Sprung. Oh, der ist gar nicht machbar. Der ist gar nicht machbar. Ich soll hier einfach einen Schlüssel nehmen. Und den da hinlegen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Boah, leck es bei euch auch gerade so. Okay. Jetzt muss es wieder gehen. Hopp. Okay. Und loslassen. So. Das ist jetzt Pixelarbeit. Eins. Noch eins. Eins noch. Eins geht noch. Ja. Okay. Wieder fallen lassen. Wieder die Pixelarbeit machen. Und wieder runter. Und wieder fallen lassen. Und Pixelarbeit wieder runter. Ohoho. Wow. Unfassbar. Unfassbar. Wie. Einfallsreich. So. Ich schätze einfach mal. Da oben gibt es dann die Geheimnisse. Das war dumm. So, Baller. Ah, ah, ah. So. Genauso. Genauso. Hopp. Nein. Nein, 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 nein. Nein, zu nicht. Na. Na. Hopp. Nein. Jetzt. Ah. Hopp. Ja. Na, also. Na, los. Na, los. Ja. Nein. Nein. So, ja. Äh, hopp, hopp, hopp. Alles klar. Alles klar. Nicht. Hopp. Na, hopp. Na. Ja. Jetzt hat. Fast wackelt und hat Luft. Und. Ja, hier. Und hier gibt es die Geheimnisse, natürlich. Hopp. Hopp. Na, ich will doch nur das Geheimnis. Hopp, hopp, hopp. 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 Ah, fast. Hopp. Oh. So, danke. Jetzt kommen wieder die Pixelarbeit. Da ist noch ein Schlüssel. Also drei Schlüssel. Brauche ich drei Schlüssel? Ich glaube es fast nicht. Hopp. 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 Ah, verdammt. Hopp. 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 Okay. Okay, und derzeit geht es einfach immer so weiter, oder wie? Und da oben wäre jetzt noch ein Schlüssel. Ich behalte mir das mal vor auf State 1, aber ich weiß jetzt nicht, wofür ich einen zweiten Schlüssel, äh, dritten Schlüssel brauchen. Na, das war dumm. Brauchen sollte. Hopp. Hopp. Und hier gibt es wieder ein Secret, glaube ich. Hopp. Nein. Hopp. Nein. Hopp. Genau. Sopala. Da kann ich den einfach umgehen. Hoffe ich. Scheiß, hoffe ich umgehen nicht. Halt den nicht auch einfach so. Hopp. Nein. Hopp. Nein. Dumm. Pixelarbeit. Okay, hier. Einmal Minus. Ah, jetzt hätte ich es geschafft. Hopp. Oh Mann, jetzt ist meine Stimme gerade. Nein. Voll nach oben gegangen. Äh, Grafikglitsch? Hoffentlich. Ja, Grafikglitsch. So, okay. Der Grafikglitsch nervt. Und, eins, zwei, drei. Äh, okay. Nein. Ich weiß ja nicht mal, wo der landet. Minus. Na los. Ja, ja, ja. Schön. Schön, schön, schön. Nein. Nicht mehr so schön. Jetzt hat er aber. Jawoll. Hopp. 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 Das wäre es jetzt gewesen. Nein, so. Übrigens, das Konzept ist billig. Billig. Oh, okay. Na los. Schaffe ich das noch? Hopp. Das schaffe ich noch. Ich glaube an mich. Los, ich kann das schaffen. Oh, ja, oh. Ich habe es geschafft. Aber dann hat es gelegt. Ja. Ja. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Ich frage es nur. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Moment. Einer muss da liegen. Genau. Da, so. Na, 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 na. Hier hin. Ja, hier will ich schon. Nein, nein, nein. Hopp. Nein. Nein. Dumm. Egal. So, balla. Hopp. Los. Ja. Nein. Hopp. Okay, werde ich. Ja, geht es? Dass ich, lasse ich auch nur mit einem. Ja, es geht. Gut. Jetzt bin ich wieder da, wo ich angesprochen habe. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Das war dumm. Nein. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ah, 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 ah. Ja. Das war er. Das nicht? Ja, das war er. Alles klar. So, balla. Nein, das war daneben. Oh, hoffentlich diespawnt er mir jetzt nicht. Hopp. 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 Verdammt, er ist unsichtbar. Okay. 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 Also, es ist möglich. Ich hasse zufällig unsichtbare Spürssel, weil man die nicht sehen kann. Deswegen sind sie auch unsichtbar. Und so. Jetzt kann ich ihn sehen. Okay. Und ich hasse Pixelarbeit, weil die langweilt. Ähm, ja. Das Konzept ist lame. Ich muss dauernd nur dasselbe machen. Das, das ist kein schönes, das ist kein schönes Level. Kein schönes Level. Hopp. 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 Danke. Wie, Midway Entries. Das war doch wenn dann schon das ganze Level. Na, immerhin. Hopp. Hopp. Nein, so irgendwie. Ja, so. Hopp. Na, wieso bist du auch unsichtbar, du scheiß Teil? Da weiß ich nicht, wann ich zu langen kann. Hopp. 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 Nein. Das ist unfassbar. Oh Gott. Ja. Ich, ich. Ich will. Ich will den ein. Einmal will ich den da drauf legen. Oh, kann ich nicht. Und je, ich bin groß. Okay, wo muss ich jetzt hin? Moment mal. Wo ist denn mein Ding hin? Mein, mein, ah, nicht mein Ding. Ich weiß, wo mein Ding ist. Ich, ich mein, ich mein, fiel mir mal einen Schlüssel. Wo ist mein zweiter Schlüssel hin? Wo ist mein zweiter Schlüssel hin? Ah, da ist er. Okay. Ich hasse unsichtbare Schlüssel sacken. Ich bringe das Gefängnis in Ordnung. Oh, wie. Ah, ich warte einfach hier. Verdammt, wie komme ich hier wieder runter? Lass mich runter. Und vor allem, wie komme ich jetzt da hoch? Gleich so ein Schlüsselchomp. Schlüsselchomp. Wie funktionieren die? I don't know. Oh. Ich seh, ah, ah, ah. Ich seh ne bessere Minfoto. Dazu brauche ich aber meinen blöden, meinen blöden Scheiß Schlüssel. Nein, da war er nicht. Unsichtbare Schlüsse sind lame. Sie sind lame. Sie sind motherfucking lame. Scheiß drauf. Nein, der Schlüssel ist so weit weg. Die Monde hole ich ihr anschließend noch, versprochen. Ich mach da noch so ein kleines, so ein klein extra Part, wo ich dann die, wo ich dann die ganzen Secrets hole, die ich verpasst habe, in Anführungszeichen. Da muss ich einfach durchrennen, glaube ich. Brauche ich zumindest. Wie soll das mit einem Schlüssel gehen? So, ich hab mir jetzt geschrieben, wie lame es ist, wenn man den einen Schlüssel nicht mehr erkennen kann. Nein, ich hatte ihn, ich hatte ihn, ich hatte ihn. So, ich will jetzt erstmal auf... Hey, da unten geht's ja auch weiter. Aber mit nur... Ach, ich schau jetzt erstmal, was da unten ist. Hopp, hopp, hopp. Äh, ein Weg. Ein mir zu schwerer Weg. Nein. Nein. Okay. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Ich hab ihn, 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 ich hab ihn hier. Seht ihr ihn? So, den leg ich. Okay, den lege ich jetzt da hin. Nein, 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 nein. Dann lege ich ihn halt da hin. Nicht. Wo kann ich ihn hinlegen? Wo bin ich sicher? Scheiß drauf, ich lass ihn da. Hopp. 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 Äh, wo ist mein Schlüssel hin? Wo ist mein Schlüssel hin? Nein. Wo ist... Ich will jetzt wissen, wo mein Schlüssel ist. Mir doch scheißegal, glaube ich. Okay. Ah, 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 ah. Okay, jetzt. Achso. Achso, ich halte ihn noch in den Händen. Perfekt. Schlüssel, ähm... So, voilà. Den Schlüssel will ich da... Den Schlüssel will ich da rein... ...kriegen. Okay. Da. Hopp. Und rein. Bist du drüben? Ach, komm, ich will jetzt... Ich will jetzt, dass diese Grafik... Fehler weg geht. Ah, ja. Okay, hier muss ich den Pitz scheinbar wieder verlieren. Ich hoffe, er ist zumindest... Wo ist der hin? Verdammt, nochmal. Verdammt, nochmal. Das ist nicht witzig. Das kannst du doch besser. Jetzt müsste er aber da sein. Nein. wieso kann er nicht mehr springen ach so weil in all ich will doch nur den blöden schlüssel da reinkriegen hopp 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 nein hopp hopp nein hopp hopp nein wieder auf gut ich bin eh auf 2 ich will den schlüssel da rein willkommen lunamagic man am liebsten möchte ich alles mit lunamagic hier bearbeiten und es mir dementsprechend leichter machen hey mein pilz ist wieder weg äh mein pilz mein pilz ja mein pilz ah bist